Scheiße Ich glaube das mit uns könnte hinkommen, aber ich weiß nicht was ihr jetzt vorhat Landfahrroute Treffek, KLM 618 und Fandler Approach von 03 Wie viele Meilen? 5 Okay 5 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 6 6 6 7 7 8 9 11 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 Winter Canarias Aber hier ist doch windig, ja, das steht dann Ich hoffe halt direkt ein Rückenwind, wie es hier aussieht Das ist nicht so geil Ganzer Rote, Traffic LM618 vacated on Echo 2 Zanderlust 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 Hm. Lanzarote traffic, this is Ryanair 731, 13 miles out to the north for the R&P approach, runway 21 Lanzarote traffic Okay, no one has any concerns? No one has any concerns? No one has any concerns? ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, der dreht noch eine Runde über die Insel. Ich sehe, ich da schon ankau. 2,500 Marken. Ja. 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 Minimum. 20 Knoten. Ja. 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 100 50 40 30 20 10 13 13 15 15 15 15 16 15 16 16 16 once 16 16 28 18 Geh mal kurz pinkeln Mach jetzt auch mal ein High-Speed-Taxi Mehr oder weniger Ja, genau Was kann man denn hier parken? Was kann man denn hier parken? Ja, vielleicht irgendwo, ne? Was kann man denn hier parken? 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 Okay. Nice.